Na Marcel, jetzt wird gegessen. Wir sind jetzt hier beim Rotalo. Holen uns ein bisschen Sushi. Der Marcel möchte sich gesund ernähren. Auf jeden Fall. Digga, was mit deinem Display passiert? Sag mal, man sieht gar nichts. Digga, ist das ein schwarzes Loch oder so? Was ist das heftig, Alter? Das ist Niko. Das Niko hat ihn mir geschenkt. Nein, ich weiß nicht. Ich filme ja eh nie. Wie machst du den Cut? So? So? Zum Beispiel. Deswegen gehört aber nicht zu mir hier. Yo Leute, wir sind jetzt hier, der Marcel und ich. Marcel hat sich beklagt über ein paar kleine, wie soll ich sagen, über Müdigkeit. Übel. Wie viel hast du gepennt heute, Alter? Zwei Stunden und zwar auf dem härtesten Bett seit der Erfindung von Inscope 21 Zimmer, Alter. Ohne Witz, Leute, ne? Es ist eigentlich ein Sofa. Es ist härter als Tims Schwanz, Alter. Der Apple. Das Ding ist ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht in die Jahre gekommen. Das heißt, ich kratze das jetzt ab unten. Und jetzt einfach den Löffel essen. Und jetzt werde ich deinen Mund öffnen und du musst das ganze Ding runternehmen. Wir machen es zweimal. Wir machen eine normale Dose. Man isst das doch nicht so, Alter. Ich würde es direkt so... Aber du hast den Löffel doch schon tausendmal im Mund, oder? Ne, ne, ne. Und das ist jetzt for real? Digga, hör mal auf, Alter, sag mal. Spaß, ich schwöre. Digga, ich dachte schon, ich muss das jetzt echt essen, Alter. Nein, einfach im Mund und dann einfach zack, umdrehen und dann das Wasser nachschieben. Und das schwörst du, dass es so ist? Das ist das Beste, was du jetzt trinkst. Es schmeckt nicht gut und wenn du es... Also Apple schmeckt nicht gut. Ich finde Maracuja ist besser, aber ich hatte jetzt nur Apple im Auto dabei. Deswegen ist, ich muss dir vertrauen, weil das wäre echt schädlich für deinen Kanal, wenn du mich jetzt töten würdest. Das Video ist ja noch nicht online. Also echt so runterwerfen. Rein, Wasser direkt nach und dann mach ich dir die nächste Portion. Alles rein, alles rein. Rein, rein, rein. Trick, trick. Hm. Alter Digga. Wenn du mich trollst, ne? Sure. Sehr gut. Hm. Digga. Jetzt kommt Nummer zwei. Normalerweise machst du anderthalb bisschen in der Portionierungsmenge. Das heißt, das hier ziehst du jetzt noch runter. Dann kannst du ja gleich darüber berichten, was passiert. Okay. Ich esse nicht mehr ganz, Alter. Ich esse noch so viel, wie es in meinen Mund passt. Einfach. Und rein. Weg. Normalerweise, wie gesagt, das ist die unhumane Art und Weise zu tun, aber wir müssen ja unseren Umständen entsprechend agieren. Digga. Aber wir sehen, es wirkt echt, wir sehen. Die Wirkung ist es echt wert. Ich meinst, wie lange ist jetzt die Inkubationszeit? Kein Spaß. Also, das dauert jetzt ungefähr 10-15 Minuten und dann melden wir uns mal wieder. Aus dem Auto? Ja, aus dem Auto. Okay, alles klar. Dann musst du gleich sofort die Annische angrabschen, weil du deine Hände nicht leckst. Weil du lassen kannst, kleiner Leleck. Also, bis gleich. So, Tim fährt gerade über eine rote Ampel. Hab ich das? Ja, es ist jetzt ungefähr... Ich tippe mal so 15 Minuten her, dass ich dieses Pulver gegessen habe. Im Übrigen ist meine ganze Kleidung voll gepulvert, aber naja, was soll's. Ja, wer... Und ohne Scheiß, ne... Vielleicht hört es schon an meiner Sprechgeschwindigkeit. Ich bin so ein bisschen... So... Was heißt so ein bisschen? Ich würde gerne aussteigen und dem Auto einfach nur noch hinterher rennen, statt mitzufahren, Alter. Du kannst mit seinen Finger rücken. Ohne Scheiß, meine Finger kuppen kribbeln irgendwie. Aber ich fühle mich... Ich muss sagen, ich fühle mich besser. Ich fühle mich aber besser. Ich weiß nicht, wie viel das Placebo-Effekt ist. Kann natürlich auch ein bisschen mit rein spielen. Aber ich denke mal, dass das Zeug schon seine Wirkung auf jeden Fall zeigt. Also ich beispielsweise bin neulich. Ich bin nichts gegessen. Bin 15 Uhr ins Training. Absolut nichts gegessen. Wie soll ich sagen? Ich war schon wach so seit neun. Das heißt, ich war sechs Stunden wach. Hab kaum was gegessen. Hab einen Fruchtsalat gegessen morgens. Fruchtsalat? Fruchtsalat. Achso. Und dann genommen. Und das hat mich wieder weggekickt. Weil ich hab das so einen Monat nicht genommen, weil ich wieder krank war. Und eigentlich so... Ich hatte nicht so das Bedürfnis. Aber da hat's mich auch wieder voll rausgekickt. Sogar das Beta-Alanin hab ich wieder kribbeln... Also das Kribbeln gespürt. Und das ist das, was du hast. Weil jetzt zum Beispiel ich hab nen Kumpel, wir waren mal so in deinem R. Der hat das genommen und dann hat er am Sack kribbeln gehabt. Am Sack, Alter. Ewewitzig. Gut, dass ich's nicht hab. Meine Freundin ist 400 Kilometer entfernt, Alter. Wie geht's euch so da hinten? Alles gut? Ich will auch das kribbeln. Melden wir uns gleich bei dem nächsten Statusbericht, würde ich sagen. Piu!